sage hallo und herzlich willkommen zu meinem vortrag hier heute in augsburg überschrift habe ich gewählt open data in südafrika und ich freue mich dass der vortrag erstmal interesse geweckt hat es wäre vielleicht noch der eine oder andere noch dazu kommen wir werden ungefähr eine halbe stunde als vortrag benötigen und wenn es fragen gibt bin ich jederzeit dafür offen mein name ist frank hoffmann ich bin sage ich mal seit mehreren jahren immer wieder hier beim linux infotag als vortragender dabei ich bin ich spezialist ich kümmere mich halt um linux und um druck sachen und bin auch als trainer unterwegs bin regelmäßig in der zeitschrift linux user als autor dabei und mit axel becker zusammen habe ich ein kleines buch geschrieben das nennt sich debian paketmanagement ich glaube da war damit haben wir letztes jahr vorletztes jahr darüber gesprochen und ich bin an drei standorten unterwegs das sind halt die standorte an denen ich aus am liebsten arbeitet das ist halt berlin genf und kapstadt und das ist an der stelle auch der bezug zum thema weil mich halt weil es mich halt stückweise nach kapstadt verschlagen hat und da habe ich dann geschaut was gibt es denn eigentlich dort an technologien was gibt es denn eigentlich in dem land und als ich das erste mal dahin gekommen bin habe ich gedacht naja schauen wir mal wie das land ist hatte eigentlich überhaupt keine richtige vorstellung und habe mittlerweile gesehen ja okay es ist ein land in dem doch sehr viel technologie schon da ist und man auch sagen kann im vergleich zu sagen wir europa oder auch deutschland ist es an einigen stellen schon ein ganzes stückchen weiter und das ist für mich auch der motivationsgrund gewesen zu sagen okay wir schauen uns einfach mal an was open data in südafrika oder in afrika allgemein schon da ist und möchte gerne dieses thema heute euch allen näher bringen damit wir wissen worum es geht schauen wir uns erst mal an was ist open data überhaupt und die idee die da dahinter steckt ist wir haben daten die offizielle die die uns allen zur verfügung stehen es sind strukturierte daten es sind maschinen lesbare datensätze und diese datensätze stehen allen interessenten kostenfrei zur verfügung diese datensätze werden an der stelle erfasst es können entweder geräte sein oder das können auch wir sozusagen als benutzer sein benutzer zum beispiel indem wir einfach mit unserem smartphone irgendwo unterwegs sind und daten aufzeichnen dann haben wir natürlich noch die die aufgabe diese daten irgendwo zu kennzeichnen also wie dürfen diese daten verwendet werden und da gibt es einerseits die möglichkeit zu sagen okay es ist als creative commons gekennzeichnet speziell creative commons zero das heißt jeder kann diese von uns bereitgestellt von uns erfassten und bereitgestellt daten kostenlos verwenden alternative dazu ist noch public domain läuft in die gleiche richtung was werden in der regel für daten erfasst das sind im großen ganzen geografische und statistische daten das kann zum beispiel bebauungsdichte sein das können gemeinde und ortsgrenzen sein das kann aber auch ein durchschnittliches einkommen sein das kann bevölkerungsdichte sein aber auch eine unfallhäufigkeit ein beispiel was ich hier da ich mitgebracht habe das ist diese karte hier unten das ist nicht aus südafrika sondern aus frankreich und die französische verwaltung hat an der stelle zusammengetragen welche erdbeben wahrscheinlichkeit es gibt das heißt hat eine interaktive karte bereitgestellt wo ich dann quasi auf einen einzelnen punkt klicken kann wo dann mein ortsname auftaucht wo ich sehen kann wie wahrscheinlich ist es das an dem ort wo ich mich befinde ein erdbeben auftauchen kann und das wird sozusagen über eine webseite zur verfügung gestellt jetzt schauen wir uns noch mal an wie kommen eigentlich bekommt open data eigentlich zustande ich hatte schon gesagt es wird an der stelle quasi erfasst und erfasst heißt an der stelle es gibt drei datenquellen die an der stelle eine rolle spielen das ist eine verwaltungseinheit verwaltungseinheit kann an der stelle eine gemeinde sein oder eine provinz oder ein staat das kann aber können aber auch private unternehmen sein unternehmen die an der stelle daten erfassen das heißt sie sagen wir bauen meinetwegen ein luftmessnetz auf und messen die luftverschmutzung oder messen sozusagen den entsprechenden straßenverkehr wie feinstaub gemessen wird und die gemeinde oder sozusagen die provinz kauft dann diese daten dort erfasst worden sind ein der dritte der dritte punkt oder dritte einspreise sind sozusagen privatpersonen privatpersonen also zum beispiel menschen die es einfach aus interesse an der sache machen diese werden dann halt über einzelne messpunkte erfasst oder halt auch mit dem smartphone und der bereitsteller der daten meistens über eine webseite bereitet das dann noch entsprechend auf das heißt man hat meistens noch eine karte oder man hat tabellen oder man kann noch entsprechend filtren wer bezahlt das ganze im großen ganzen wird das aus steuergeld bezahlt also sprich wir alle zahlen dafür und deswegen ist es auch sage ich mal nur recht und billig dass diese daten die erfasst worden sind quasi auch für uns alle wieder zur verfügung stehen ein beispiel das ist auch eines der ersten beispiele auf die ich quasi bei der recherche gestoßen bin das ist das beispiel fix my street kommt aus england und die idee die hier dahinter steckt ist folgendes zu sagen wenn irgendwo ein problem auftaucht wie hier zum beispiel dargestellt dieser verstopfte gulli dann kann ich über diese webseite meiner gemeinde das mitteilen die gemeinde schaut das dann sozusagen an und sagt aha ok hier an der stelle auf der karte wird halt ist ein gulli verstopft und dann kann ich an der stelle sagen aha wir schicken dort jemand hin der reinigt den gulli da gibt es eine meldung zürich auch das heißt zürich wie neu und da steckt fix my street dahinter als servicewienstleister da habe ich jetzt auch wieder was gelernt vielen dank wie gesagt das habe ich als allererstes gefunden und ich fand das halt total klasse weil das einfach eine möglichkeit gibt mir sozusagen auch als bürger meiner gemeinde meiner stadt zu sagen okay guck mal da ist was kaputt schickt doch mal jemanden hin vielleicht könnte da etwas reparieren das ist doch super machen aber einfach ohne webseite da muss da tatsächlich mal irgendwo eine schweinung kommt mit nach oben ja es wird aber zum teil auch missbraucht habe ich ja schon mal gesehen aha ok also wenn die karte aufmachst dann siehst du ein punkt und ganz vieles solche punkte stehen ja und es wird sich immer über das gleiche beschwert und ich bin mir sehr sicher das ist auch immer die gleiche Person ah ist das so ein krotzjob das müsste man eigentlich erkennen können wenn es irgendwie über eine app geht du kannst über die webseite als auch über die app ach so ja na gut müsste man dann mal ausprobieren gut das was ich beim herumreisen gefunden habe ist zum beispiel dieses beispiel das sind die wlan hotspots die die spb betreibt das heißt wir haben hier eine landkarte und an jedem bahnhof der schwarze bundesbahn befinden sich zusatzinformationen zum beispiel gibt es dort ein wlan hotspot welche verbindung ist an der stelle da dann gibt es noch entsprechende stationsdaten und ich kann darüber halt sehen was wird mir an meinem bahnhof mein standort noch entsprechend angeboten und das ist halt auch eine information die steht für alle bereit das heißt ich kann an der stelle auch noch nachschauen bevor ich dahin kommen hat mein wegen der bahnhofskiosk noch offen oder welche services werden noch entsprechend angeboten wie stehen die offenen daten bereit klingt ja alles ganz toll daten werden erfasst daten werden bereitgestellt meistens steht es über ein portal also über eine webseite zur verfügung das wird von der jeweiligen verwaltungseinheit betrieben oder von dem jeweiligen erfasser und das meiste was ich halt gesehen habe es wird bereitgestellt als csv datei damit ist es sozusagen auch wieder lesbar und auswertbar oder als kml datei als tabellen kalkulation oder halt auch als jason datensatz einige verwaltungen haben denke ich da noch ein bisschen nachholbedarf einige verwaltungen haben stellen das zum beispiel auch als pdf dokument zur verfügung es ist in dem sinne dann natürlich auch open data aber mit dem thema weiterverarbeitung ist das natürlich dann ein bisschen schwierig und dann muss man das aus dem pdf wieder heraus poolen und ich meine da müsste man halt damit die noch mal drüber sprechen und sagen pdf ist toll aber wir wollen es ja weiter verarbeiten die meisten datensätze werden auch zusätzlich noch aufbereitet und das beispiel was ich hier hinzugefügt habe das habe ich aus berlin mitgebracht das ist sozusagen der breitband ausbau das heißt man sieht an der stelle verteilt wird die einzelnen stadtbezirke wie ist der breitband ausbau welcher welchen stand hat das an welchen stellen muss noch etwas gebaut werden sieht man halt zum beispiel im nordosten also da auf der linken seite ganz oben diese gelbe karte da ist noch erheblicher nachholbedarf während sozusagen im süden und im südosten das schon ziemlich dunkelrot aussieht da hat eben schon ein hoher ausbau verfügbar ist damit hilft mir das natürlich auch in meinem stadtbezirke in meinem bereich zu sehen wie ist der ausbau da was wird gemacht was muss noch gemacht werden und den kann ich eventuell da noch ein bisschen anträgern und kann sagen okay tut mal was wer darf das ganze benutzen ich habe gesagt es steht kostenlos zur verfügung und es steht allen zur verfügung das betrifft in jedem fall privatpersonen das heißt wir dürfen es verwenden wir dürfen es herunterladen wir dürfen an der stelle etwas eigenes bauen und es gibt an der stelle keine einschränkung wenn wir das als unternehmen benutzen wollen meinetwegen für unsere eigene anwendung da muss man an der stelle nachschauen das hängt vom portal ab das hängt von den verfügbaren daten ab da muss man auch nachgucken unter welcher lizenz steht das ganze wie ist das ganze benutzt bereitgestellt welche einschränkungen gibt es und in welchen projekten darf ich es gegebenenfalls nicht verwenden oder muss dann halt sozusagen sicherheitshalber nochmal rückfragen dass ich es benutzen darf ein projekt was mir unglaublich gefällt was sozusagen aus deutschland kommt das läuft unter dem thema mundraub und mundraub ist eine open street map karte und auf dieser open street map karte sind alle obstbäume und alle kräuterorte et cetera verzeichnet ich habe hier mal beispielsweise das ganze für 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 brandenburg stehen das heißt ich sehe hier auf der rechten seite welcher typ von ursbauen das ist zum beispiel welche mostereien da sind welche apfelbäume da sind und das haben die leute sozusagen erfasst und kann man sozusagen da hingehen und wenn dort sozusagen die äpfel reif sind sieht man genau an der straßenkreuzung gehe ich dahin und kann meinen apfel selber pflücken und das ist eine super geschichte und ich finde das halt spannend und hoffe dass das auch noch stärker sozusagen ergänzt wird ich habe das selber nicht ausprobiert ich weiß nicht ob die information stimmt aber ich gehe davon aus dass eine osm karte ist und freie information dass die richtigen informationen auch drin stehen nicht dass man da hin fährt und sozusagen hungrig umkehren muss jetzt schauen wir uns mal an wie das ganze in südafrika aussieht ich hatte eingangs schon gesagt als ich das erste mal nach südafrika gekommen bin habe ich gedacht na was ist das für ein land wie sieht das da aus hatte mehr oder weniger keine so große vorstellung und habe dann relativ schnell gelernt die sind an einigen stellen schon sehr sehr weit teilweise auch weiter als vier hier habe ich eins herausgesucht das nennt sich open data for africa und diese karte zeigt an der stelle aus wo ist denn eigentlich internet verfügbar das heißt wie viele nutzer gibt es denn eigentlich die dunklen gebiete heißt und ist relativ wenig internet verfügbar also gibt es relativ wenige nutzer und alles was quasi heller ist da haben wir hier eigentlich schon eine relativ große abdeckung und was ich halt gemerkt habe ich habe das halt in den letzten zwei jahren ziemlich fleißig testen dürfen wenn man in afrika unterwegs ist hat man eigentlich überall in irgendeiner form ein schnelles internet es funktioniert ganz im gegensatz zu hier wo man halt dann schon mal merkt ja manchmal gibt es eine datenverbindung und manchmal ruckelt das dann doch etwas südafrika hat folgendes gemacht hat ein eigenes data archive aufgebaut das heißt es gibt eine eigene webseite dafür wo die sachen zusammengetragen werden das ganze wird auch ziemlich stark öffentlich gefördert um die einzelnen informationen an der zentralen stelle zusammen zu halten und das was ich hier gezeigt habe ist und was ich hier zeige ist das african data portal wo an der stelle zum beispiel für die einzelnen provinzen oder einzelnen regionen informationen zusammengetragen werden hier zum beispiel welche bevölkerungsverteilung da ist wie das verhältnis zwischen den einzelnen gruppen ist und das natürlich noch mal auch verteilt auf die einzelnen provinzen das steht quasi alles über die einzelnen webseiten zur verfügung aufbereitet und also erfasst und aufbereitet wird es mit einem kommerziellen dienstleister der halt das ganze zusammenträgt und die verwaltung kauft das sozusagen als kompletten datensatz von diesem kommerziellen dienstleister und das ganze wird dann in diesem portal nützbar mit dem projekt was mich an der stelle am meisten mit begeistert hat war sozusagen das city of cape town open data portal das heißt die stadt kapstadt hat eine relativ große menge an open data bereitgestellt über ein komplettes portal das ist es geht quasi von stadt relevanten informationen wie bevölkerungsdichte und erfassung der verkehrsdichte bis auch dahin zu den einzelnen finanzen werde ich dann gleich noch ein bisschen was dazu zeigen es gibt ein projekt was da eine rolle spielt das ist der sogenannte code for south africa projekt und das gilt quasi in anlehnung an das projekt code for germany wer hat das schon mal davon gehört einer anderen noch nicht code for germany oder code for south africa dient halt einfach dazu den einzelnen dazu zu animieren mit zu programmieren das ist ein freies projekt und das was ich halt gesehen habe es ist in einem text incubator beheimatet in kapstadt heißt der code bridge und im endeffekt einfach wie so eine art co working space der einfach in einer brücke untergebracht ist halt eine straßenbrücke da ist ein bisschen platz unten drunter da sind räume mit allem drum und dran und deswegen heißt das ding code bridge das was in diesem an dieser stelle zusammenläuft ist das cape town budget project das heißt da werden sämtliche städtischen finanzen analysiert zusammengestellt und auch für die öffentlichkeit sichtbar gemacht das ist für südafrika was ganz neues hintergrund der ganzen geschichte war zu sagen okay wir wollen halt schauen dass wir die daten öffentlich machen und wir wollen allen die möglichkeit geben zu zeigen wofür wird denn eigentlich das geld oder auch die steuern haben wofür werden die denn eigentlich verwendet und das hat einen kleinen augenblick gedauert aber das sieht dann an der stelle eben so aus dass hier sehen kann welcher bereich oder welche welche region auch innerhalb der stadt kann mit ihrem budget in haushalten das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch aber haben für uns als als europäer wir sind mit dem begriff haushalten vielleicht doch ein bisschen stärker vertraut wir sind da vielleicht ein bisschen uns fällt das vielleicht einfach vom vom handeln her ein bisschen leichter und hier sieht man an der stelle die grünbalken sagen halt okay da ist das innerhalb von einem bestimmten bestimmten bereich genutzt worden und dann sieht man hier unten an der stelle auch aha wie viel geld ist denn eigentlich verwendet worden also sprich 2,2 prozent sind weniger verwendet worden als ursprünglich geplant und das sieht man eben auch man kann an der stelle halt sehen hat die verwaltung mit dem geld was sie eingenommen hat gut gehaushaltet oder hat sie nicht gut gehaushaltet das ganze geht sogar so weit dass ich nachschauen kann wofür ist geld vorgesehen und dann kann ich halt rauskriegen warum wird meine straße nicht repariert und wo geht das geld an der stelle hin wird in meinem stadtbezirk eine schule gebaut wird sie repariert ist das geld dafür da oder wenn ja oder wenn nein wann soll das ganze repariert werden und das ist eine sache die wünsche ich mir eigentlich auch für städte hier in deutschland dass ich einfach sehen kann wann plant die verwaltung welche sachen mit welchem geld wird das gemacht und wann steht das ganze zur verfügung ich glaube hier aus den daten geht erstmal nur hervor wann welches geld verwendet wurde und wer das ganze wie bekommen hat das ist nicht ganz so offensichtlich dann habe ich hier noch etwas zusammengetragen das geht zum thema wasser wer hat es an der stelle mitbekommen in südafrika gab es in den ländern der letzten jahre einen stetigen sage ich mal wassernotstand und das code for south africa projekt hat zum beispiel den wasserstand der einzelnen staudämmen analysiert und trägt das zusammen das heißt ich kann hier über die webseite sehen welche stadt er mir gibt es und ich kann den jeweiligen wasserstand noch ablesen also sprich wie viel wasser ist in dem jeweiligen staudamm noch vorhanden das hat sich an der stelle deutlich bemerkbar gemacht weil der verfügbare wasserverbrauch der verfügt das verfügbare wasser ging halt deutlich zurück und es ging so dass das wasser rationiert werden sollte und dann gab es ein sogenanntes wasser monitoring das heißt ich konnte mir an der stelle genau anschauen wie viel wasser wird denn eigentlich gerade verbraucht das ziel was ausgegeben war waren 54 millionen liter und ich konnte also sozusagen über die webseite nachverfolgen wie weit ist man an dem ziel dran hier sieht es 450 millionen liter ist sozusagen das ziel und aktuell also durch das bild gemacht haben waren es 565 millionen liter und ich kann hier auch den entsprechenden trend ablesen also 10,6 prozent mehr als gedacht und kann dann sozusagen sehen aha wir nähern uns dem ziel oder wir sind von der ganzen sache wieder weg in der mittleren spalte sieht man auch wie im wasser ist gerade für die stadt noch verfügbar weil die abschaltung an der stelle war ich glaube wenn es 13 prozent sind oder 13,5 prozent nur noch generelle verfügbarkeit dann wird das wasser abgeschaltet für alle und komplett rationiert auf der rechten seite sehe ich dann auch wer nutzt das wasser wie also sprich was sind die entsprechenden verbraucher das monitort an der stelle wer sozusagen wasser benutzt oder wohin wird das wofür wird das wasser eigentlich verwendet dass das ganze noch ein stückchen weiter geht sieht man hier auf diesem kleinen bild man hat nämlich dann auch begonnen jeden einzelnen haushalt und jedes einzelne grundstück mit dem wasserzähler zu versehen das gab es vorher nicht flächendeckend und dann hat man das erfasst und auf einer solchen landkarte noch verfügbar gemacht das heißt also bis auf die einzelnen grundstücks grenzen hinunter kann ich an der stelle sehen wer verbraucht entsprechend viel wasser auf dieser karte gibt es eigentlich drei verschiedene punkte es hellgrün punkte dunkelgrün und gelb gelb ist hier gerade nicht zu sehen aber hellgrün heißt dass ich unterhalb von 6,5 glaube ich 6,5 kubikmeter wasser liege grün liegt innerhalb von bereich glaube ich von 6,5 bis 13 kubikmeter und ich kann quasi genau sehen wie viel wasser verbrauche ich auf meinem grundstück und wie viel verbraucht der nachbar und diese form von offenlegung finde ich halt an der stelle bemerkenswert und sowas habe ich in der form für deutschland oder auch für europa bisher nicht gesehen dann kommen wir noch zu einem für uns als it menschen recht nützlichen dingens das nennt sich der wifi bereich und wenn man halt in südafrika unterwegs ist will man vielleicht auch wissen wo befindet sich denn gerade wlan wo kann ich denn gerade unterwegs sein und das was ich hier als beispiel genommen habe ist halt die region über die ecke die ich halt kenne also sprich dieses projekt das wiggle projekt zeigt mir an der stelle an welches wifi ist denn gerade verfügbar also wo wurde denn quasi wifi empfangen man sieht hier für den ort der op hat sozusagen mehrere hauptstraßen und entlang dieser hauptstraßen sind sozusagen wifi pakete empfangen worden werden auf dieser karte dargestellt und dann kann ich hier sehen aha okay wenn ich hier hier unten in dieser ecke unterwegs bin dann sehe ich ja dann finde ich auf jeden fall irgendwo einen verfügbaren hotspot ich kann das ganze auch noch ein stückchen stärker aufschlüsseln das heißt ich sehe hier an der noch einen entsprechenden grafen dazu über die nutzung also welche datennutzung kam dann an der stelle vor und ich sehe auch zusätzlich noch welche verschlüsselung wurde an der stelle verwendet also wie ist das ganze abgesichert für mich und das ist denke ich mal nicht nur als besucher wichtig sondern auch man sich dort unten längerfristig bewegt wenn man schnell will ja schließlich sicherstellen dass nicht jeder seine daten mit das das wären an der stelle die beispiele die ich für südafrika mitgebracht habe und wer noch ein bisschen mehr dazu nachlesen möchte kann das gerne gibt hier einen beitrag dazu in dem menschen die hier drauf stehen möglich gewesen wäre ich habe an der stelle halt mit verschiedenen menschen gesprochen und gesehen ja es gibt eine forschungsstelle digitale nachhaltigkeit an der universität bern die haben zum beispiel auch ein ein forschungslabor wo sie sozusagen sämtliche verschiedenen applikationen und einrichtungen zusammentragen und man halt auch ausprobieren kann dann habe ich zum beispiel auch mit der technologie stiftung berlin gesprochen weil es halt auch diverse labs gibt an der stelle das codeforschefk bedient dank sagen weil sie sich einfach intensiv darum bemühen axel und bente gehören auch dazu also vielen dank für die mithilfe und die tipps und damit wäre ich an der stelle am ende meines vortrags freue mich auf reaktion anregungen und vergassungsvorschläge vielen dank die portale greifen die direkt auf die datenbasen zu oder werden die vorher noch mal runtergeladen und verdichtet oder wie muss ich mir das vorstellen soweit ich es gesehen habe sind das separate datenbasen die werden werden sozusagen zusammengetragen dann werden sie aggregiert und noch mal speziell ausgewertet und machen das dann diese provider oder werden die daten schon von den differenten aggregiert die aggregation macht derjenige der das portal betreibt das sind ja sage ich mal auch verschiedene bereitsteller und derjenige der das portal also der zum beispiel nehmen wir mal also zum beispiel dieses dieses portal da laufen ganz unterschiedliche datenquellen zusammen das kommt einerseits von der stadt das kommen von den einzelnen sag ich mal stadtteilen und auch von den einzelnen bereichen innerhalb der stadt also unterschiedliche departements die das sozusagen bereitstellen und das wird an der dann nochmal akkriert damit dann auch so eine schöne grafik rauskommt und es ist leider immer noch so dass verschiedene einheiten ihren eigenen datenbestand pflegen und das wird dann sozusagen speziell rausgegeben und nochmal zusammengetragen oder komprimiert gibt es noch weitere fragen ja also bei diesen wasserständen pro haushalt hatte ich mich gefragt ob das in deutschland überhaupt möglich wäre also dass man das sozusagen punktuell erfasst an der stelle ja ja natürlich lässt das rückschlüsse zu aber hier ging es an der stelle einfach um die frage haben wir noch genügend wasser oder muss das wasser für jeden rationiert werden und da hat an der stelle denke ich keine rolle gespielt ob das jetzt sozusagen privat daten sind oder nicht sondern einfach die frage haben wir noch genügend wasser für morgen oder nicht bei uns hier heißen sondern in deutschland ja auch schon ein fotowaschverbot am wochenenden in manchen aber nicht nur aus wasserknappheit sondern weil sich das anfang gestört gefühlt hat nein aus wasserknappheit warum dann bloß auch nicht ja weil die in deutschland ekelheit zu haben waschheit immer und Gartenwiesen und all das das aber in deutschland gibt es da wenig die paar struktur zum online wasserseher auslesen also wir haben es ja mal in einem jahr ausgelesen also hier bei der darstellung ist einfach nur der entsprechende verbrauch pro grundstück gemessen worden und sozusagen auf der karte eingetragen das wird sozusagen monatlich da sind leute unterwegs die lesen das wirklich komplett ab damit eben auch nachgeschaut werden kann wie ist der entsprechende verbrauch und hier sind natürlich auch einige sachen nicht eingetragen das heißt es gibt dort ausnahmen also zum beispiel für größere bereiche oder innenstadtbereiche größere häuser städtische sachen die sind teilweise einfach ausgenommen davon das heißt das wird einfach nur weil einfach nur die die privaten grundstücke sozusagen analysiert und wer sich halt nicht an die sachen hält der muss halt ein bisschen mehr begleichen ja ja ich kann kleinen augenblick ich hatte nämlich noch ein paar sachen vorbereitet also hier habe ich zum beispiel noch etwas vorbereitet es ging um die luftverschmutzung das heißt hier hat die stadt kapstadt zum beispiel hinterlegt welche datensätze da sind also ich kann mir die komplett als ods-datei als tabellenkalkulation herunterladen und diese daten dann auch verwenden und das wird halt für sämtliche bereiche gemacht ja ist denn cc0 üblich oder haben die auch meistens eine äh 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 die meisten sachen sind als cc0 gekennzeichnet es steht bei vielen sachen natürlich drunter wer hat das ganze erfasst und wer hat das ganze bereitgestellt aber im großen ganzen wird es als cc0 einfach bereitgestellt so dass ich das einfach komplett nutzen kann gibt es noch weitere fragen an der stelle gut dann bedanke ich mich nochmal ich bin sozusagen heute noch da und wenn es noch fragen und ähnliche dinge gibt wenn sie auch später noch dazu kommen einfach mich ansprechen vielen lieben dank